Okay, weiterer Teil, ich beginne jetzt hier, das was ich vorher als Schluss gespielt habe, da beginne ich, damit dann das, was in der Klammer ist, der Klavierteil, logisch erscheint und ich spiele bis Takt 20 hier, bis zu diesem Atemzeichen. Okay, Achtung, ich zähle auf 1, 2, 3, da, 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 ich zähle auf 3, okay, Achtung, 1, 2, 3. Okay, soweit mal, Mama, ich mache das gleiche nochmals, ich zähle auf 3, 1, 2, 3. Okay, mal soweit, Fortsetzung voll. Bis Montag, äh, Dienstag. Tschüss.